Waage. Wir beginnen heute mit deinem täglichen Horoskop und legen im Anschluss deiner heutigen Tarotkarten. Los geht's! Der heutige Tag verspricht dir, Waage, eine fröhliche und positive Stimmung. Dieser ansteckende Enthusiasmus kommt nicht nur dir selbst zugute, sondern kann auch ein Leuchtfeuer der Hoffnung und Ermutigung für diejenigen in deiner Umgebung sein, die gerade eine schwere Zeit durchmachen. Dein natürlicher Hang zur Harmonie und Ausgeglichenheit macht dich zu einer idealen Quelle des Trostes und der Inspiration. Indem du deinen Optimismus aktiv verbreitest, kannst du die Stimmung von Freunden, Familie und sogar Bekannten heben und sie an die schönen Seiten des Lebens erinnern. Ein freundliches Wort oder ein aufmunterndes Lächeln kann jemandem den Tag erleichtern. Unterschätze also nicht die Wirkung deiner positiven Energie auf dein Umfeld. Das himmlische Klima begünstigt dich, Waage und entfacht dein inneres Feuer und deine Leidenschaft auf eine Art und Weise, die man nur schwer ignorieren kann. Das kann sich in ungewöhnlichen Gelüsten äußern, zb in einem plötzlichen Verlangen nach scharfem Essen, das ein unterbewusster Ausdruck deiner feurigen Energie sein könnte. Um diese dynamische Kraft konstruktiv zu nutzen, ist es wichtig, dass du dich regelmäßig bewegst. Egal, ob du dich im Fitnessstudio anstrengst oder eine andere Form von Sport betreibst, die dir Spaß macht, du solltest deinen Körper in Bewegung halten, um diese Energie effektiv zu kanalisieren. Außerdem ist es wichtig, dass du in dieser Zeit viel Wasser trinkst. Es hilft nicht nur dabei, die intensive Energie auszugleichen, sondern auch, Giftstoffe auszuspülen und dafür zu sorgen, dass dein Körper und dein Geist klar und konzentriert bleiben. Der heutige Tag ist ein entscheidender Moment voller Potenzial und dem Versprechen auf Fortschritt. Das Universum scheint sich zu deinen Gunsten zu verschwören und bringt dir wertvolle Ideen und Verbindungen in dein Leben. Um die Essenz dieser fruchtbaren Zeit festzuhalten, solltest du immer ein Tagebuch oder ein Notizbuch in Reichweite haben, denn du weißt nie, wann du eine Inspiration hast oder wann eine zufällige Begegnung zu einem bedeutenden Durchbruch führen könnte. Die Energie des Tages ist reif für Fortschritte, also nimm die Chancen, die sich dir bieten, mit offenen Armen und der Bereitschaft zum Handeln an. Erfolg ist nicht nur eine Möglichkeit, sondern ein greifbares Ergebnis, wenn du bereit bist, den Moment zu ergreifen. Wenn du heute auf eine kühle oder distanzierte Haltung eines nahestehenden Menschen triffst, versuche, sie mit Verständnis zu betrachten, anstatt sie dir zu Herzen zu nehmen. So wie du gelegentlich die Einsamkeit brauchst, um dich zu erholen und nachzudenken, brauchen auch andere ihren eigenen Raum, um sich mit ihrem Wesen zu verbinden. Es ist ganz natürlich, dass Beziehungen von Ebbe und Flut geprägt sind, mit Momenten intensiver Nähe, gefolgt von Phasen individueller Selbstreflexion. Wenn du dieses Bedürfnis nach persönlichem Freiraum respektierst, ohne dich von Sorgen oder unangemessenen Spekulationen leiten zu lassen, kannst du das Band des Vertrauens und des gegenseitigen Respekts in deinen Beziehungen stärken. Die heutige Himmelsausrichtung deutet auf eine unerwartete Wendung in deinem Tagesablauf hin. Halte die Augen offen für Überraschungen, die auf dich zukommen könnten. Das kann eine zufällige Begegnung sein, die zu einer neuen Freundschaft führt, eine unerwartete Gelegenheit bei der Arbeit oder sogar ein kleiner Geldsegen. Das Universum ist bereit, ein wenig Magie in deinen Tag zu streuen und dich dazu aufzufordern, das Unbekannte mit offenen Armen zu empfangen. Denke daran, dass die besten Überraschungen oft die sind, die wir am wenigsten erwarten, also bleibe anpassungsfähig und bereit, den Moment zu nutzen. Dies könnte der Beginn von etwas Schönem und Neuem sein, also lass dich von der Vorfreude auf das Unbekannte anstecken, statt dich zu fürchten. Die himmlische Landschaft ist weiterhin reich an fantasievollem und kreativem Potenzial und baut auf der bezaubernden Atmosphäre des Vortages auf. Die Wechselwirkung des Skorpionmondes mit Neptun und Merkur wirkt wie eine Quelle innovativer Gedanken und intuitiver Einsichten. Das Dokumentieren dieser spontanen Geistesblitze könnte der Katalysator für bedeutende kreative oder intellektuelle Durchbrüche sein. Wenn der Mond in den Schützen übergeht und in Kontakt mit Pluto kommt, kannst du dich auf eine Vertiefung deiner Traumerfahrungen einstellen. Die Träume, die dich in dieser Zeit heimsuchen, sind wahrscheinlich lebendig und tiefgründig. Sie bieten dir Orientierungshilfen und Lösungen für komplexe Probleme und bereichern dein waches Leben mit ihren mystischen Einsichten und Offenbarungen. Nun geht es gleich weiter mit deiner Taro-Lesung. Doch bevor wir dazu kommen, noch eine wichtige Nachricht. Wenn du dich von den ermutigenden Botschaften, die wir in unseren täglichen Horoskopen vermitteln, angesprochen fühlst, laden wir dich ein, unseren Kanal zu abonnieren und Teil unserer Gemeinschaft zu werden. Wenn du unseren Kanal abonnierst, verpasst du nie wieder die kosmischen Ratschläge, die deinen Tag erhellen und dich auf deinem Weg zur Größe inspirieren können. Und vergiss nicht, einen Daumen hoch zu drücken, um deine Wertschätzung für die positive Energie zu zeigen, die wir in dein Leben bringen wollen. Dein Interesse beflügelt nicht nur unsere Leidenschaft, sondern hilft auch, die kosmische Weisheit an andere weiterzugeben, die sie brauchen. Außerdem freuen wir uns, von dir zu hören, also hinterlasse einen Kommentar und lass uns wissen, wie die Sterne dich heute leiten. Lasst uns gemeinsam diese kraftvolle kosmische Verbindung nutzen und die Welt mit Positivität und Liebe erhellen. Danke, dass du ein Teil unserer himmlischen Reise bist. Es geht weiter mit unserer täglichen Taro-Lesung, bei der du einen schnellen Einblick für den Tag erhältst. Wir ziehen drei Karten, um die wichtigsten Einflüsse für deinen Tag zu verstehen. Diese inspiriert dich, eine Perspektive zu gewinnen und fundierte Entscheidungen zu treffen. Los geht's! Die Karte des Eremiten weist auf eine Zeit hin, in der Einsamkeit und tiefe Kontemplation notwendig sind. Sie zeigt an, dass du vielleicht den Drang verspürst, dich von deiner normalen Routine abzukoppeln, um dich auf dein Inneres zu konzentrieren. Dies ist eine wichtige Zeit für die Selbstreflexion, die Suche nach persönlicher Weisheit und das Treffen wichtiger Lebensentscheidungen auf der Grundlage deines inneren Kompasses. Vielleicht sehnst du dich nach Ruhe und Abgeschiedenheit, um ein tieferes Verständnis für deine Identität und die Richtung deines Lebens zu entwickeln. Diese Zeit solltest du nutzen, um aufmerksam auf deine Intuition zu hören und deine eigenen Gedanken und Gefühle eingehen zu erforschen. Der Eremit ermutigt dich zu einer Reise nach innen, um Einsichten und Antworten zu finden, die dir nur Einsamkeit und Selbstbeobachtung geben können. Diese Karte steht für die sich ständig verändernde Natur des Lebens und das Konzept des Schicksals. Es macht deutlich, dass das Leben ein ständiger Kreislauf aus guten Zeiten und Herausforderungen ist. Das Schicksalsrat erinnert daran, dass alle Lebenserfahrungen vergänglich sind. Es deutet auf eine entscheidende Veränderung oder einen Übergang auf deinem Lebensweg hin. Diese Karte zeigt dir, dass du für unvorhergesehene Gelegenheiten offen sein und dich den Veränderungen, die das Leben mit sich bringt, anpassen solltest. Sie gibt dir die Gewissheit, dass jede Phase, ob positiv oder herausfordernd, nur vorübergehend und Teil eines größeren Zyklus ist. Nimm diese Zeit des Wandels an und bewahre dir den Glauben und das Vertrauen in die zyklische Natur des Lebens und die Lektionen, die es mit sich bringt. Diese Karte steht für eine Zeit des schnellen Handelns, des Fortschritts und des Vorwärtsdrangs. Sie sagt einen Energieschub voraus, der anzeigt, dass sich die Ereignisse in deinem Leben beschleunigen werden. Die Acht der Stäbe deutet darauf hin, dass eine Fülle von Möglichkeiten und Aktivitäten auf dich zukommt. Sie kennzeichnet eine Zeit, die von schnellem Wachstum, Aufregung und dynamischen Veränderungen geprägt ist. Du solltest darauf vorbereitet sein, schnell und entschlossen zu reagieren und die sich bietenden Chancen zu nutzen. Diese Karte ermutigt dich dazu, das schnelle Tempo anzunehmen, dich auf deine Ziele zu konzentrieren und selbstbewusst auf deine Ziele zuzugehen. Die Kombination aus dem Eremiten, dem Schicksalsrat und der Acht der Stäbe deutet auf eine vielschichtige Phase in deinem Leben hin. Der Eremit rät dir, dich in dich selbst zurückzuziehen, um in dich zu gehen und Klarheit zu gewinnen. Es ist eine Zeit für tiefe persönliche Erkundung und Verständnis. Das Schicksalsrat deutet auf eine wichtige Veränderung oder einen Wendepunkt hin, an dem es wichtig ist, den Wandel anzunehmen und das Vertrauen in die Zyklen des Lebens zu bewahren. Die Acht der Stäbe schließlich bringt eine Flut von Aktivitäten und Möglichkeiten, die schnelles Handeln und Konzentration erfordern. Insgesamt spricht diese Lektüre von einer Zeit der inneren Entdeckung, des Wachstums und des Ergreifens neuer Möglichkeiten. Sie betont, wie wichtig es ist, auf sich selbst und die vor uns liegende Reise zu vertrauen und sich auf die raschen Veränderungen und aufregenden Gelegenheiten vorzubereiten, die auf uns warten. Good fordraウeisert! Untertitelung des ZDF, 2020